Ja das war anscheinend die falsche Taste. Ich frage mich trotzdem noch wie es geht. Aber egal, ich probiere jetzt mal nicht rum. Sonst muss ich hier nur noch fünfmal die Aufnahme neu starten. Sehr nett. Da gab es nämlich so eine Anzeige, da stand quasi dein Zielort, also die genauen Koordinaten. Und da kann man das besser managen. He scharf. Tag. He scharf? Was? Scharf. Achso. Ich dachte das war jetzt irgendwie eine andere Sprache. He schafft. He schafft. Nope. Nope. Hör mal. Du bist immer so komisch. Ja. Warum kenne ich dich eigentlich noch mal? Warum wollte ich unbedingt, dass wir Freunde sind? Warum habe ich dich so gestoppt? Ich bereue es. Au. Das ist deine Schuld. Ich meine, du... Bitte? Wer hat hier wen angeschrieben? Er kommt früher oder später hättest du mich auch angeschrieben. Vielleicht. Ja. Früher oder später, da kam der kleine Peter. Ich bin es direkt unter dir, glaube ich. Oh, ich höre es schon Wässern. Bin ich richtig? Siehst du meinen Namen? Ja, du bist... Ja, aber das ist mein kleiner Teich. Du musst noch weiter. Achso. Ich weiß noch nicht, ob ich tiefe... Ich krab mich mal kurz hoch. Achso. Das ist ja süß. Hier ist ein Loch jetzt. Achso. Mann, immer mach da. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Warte mal. Siehst du meine Erdkügelchen nach oben kommen? Nee. Ich glaube, das ist zu niedrig. So. Ich könnte noch ein bisschen weiter runter, wa? Ja, ein bisschen. Mach mal. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Du musst jetzt nach rechts und dann kommst du ins Erdgeschoss quasi. Achso. Okay. Ich weiß, wo ich bin. Hier war mein ehemaliges Schlafzimmer. Stille. Was war denn das jetzt noch mal? Achso, nach unten. Nach unten, nach unten. Nach unten, ja. So. 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 Das müsste, glaube ich, von der Tiefe jetzt her reichen, oder? Ah, ich glaube schon. Doch. Das reicht. Jetzt kommt hier Gravel in. Oh, das fand ich gut. Ich hoffe, das ist hier nur so ein Zwischen-Cravel-Zeug und nicht der Boden von oben. Okay, sieht gut aus. Sieht man hier schon Tropfen? Also das ist ja das, auch was die neu eingefügt haben, dass man hier das Tropfen sieht, wenn man direkt unter Wasser ist. Das ist übrigens ziemlich cool. Ja. Auch wenn es regnet, sieht man so Tropfen in den Baum. Das sieht aber nicht so aus. Das ist ein bisschen... Ich guck mal kurz nach oben. Ich will mal schnell hoch. Die Schitte. Was hast du denn gemacht? Ach nee, ich bin in irgendeinem Tümpel, glaube ich. Au. 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 Warum sterbe ich? Au. 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 Nein. Nein. Lebst du noch? Ja. Huh. Schwimme da jetzt auch hoch. Ja, ich bin an dem kleinen Tümpel. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Ach du Scheiße, wir müssen noch so weit runter. Ich habe nicht bedacht, dass wir... Ja, wenn wir zum See wollen, müssen wir ja auch relativ weit runter laufen noch. Vom Erdgeschoss her. Ach Scheiße. Wir müssen richtig weit runter noch. Ei, ei, ei. So. Ich komme da jetzt aber wieder rein, oder? Ja, von hier unten. Ach so, okay. Das ist nur ein Ding. Das ist doch... Ich bin zu fett. Ah, okay. Okay, also schön weit nach unten graben. Wir kommen jetzt einfach mal wie die Blöden nach unten. Es wird schon irgendwann richtig sein, dieser Weg. Wir finden doch bestimmt jetzt gleich was Geiles. Was denn eine Schatzkiste hat? Ja, wäre doch geil. Wordpicks. Oder nicht? Ja, doch. Wäre cool. Was würdest du dir denn wünschen, was da drin ist? Gesenke? Gesenke? Kuchen? Spiele? Ja. Ich habe ja wieder was geschenkt bekommen. Geschenkt keiner was. Von einem Abonnenten. Frau sollte man sein. Ja. Hallo, das ist mein Geburtstagsgeschenk, ja? Bisschen früh, oder? Du hast doch erst dann Piep. Wieso muss das jetzt ausgepiepst werden? Sag den Leuten doch, wann sie mir was zu schenken haben. Was? Oh, Eisen! Sehr schön. Am 11. September. Das ist kein Spaß. Hm. Noch tiefer? Das habe ich mir gemerkt übrigens. Wahnsinn. Oh, danke. So, ja, das fühl dich geehrt. Es trifft nicht auf jeden zu. Ich weiß noch den Geburtstag von meiner Mama und das war's. Was? Echt? Meinen weiß ich natürlich auch noch, aber den vergesse ich gerne mal. Ich weiß keinen auch. Geh mal weg. So. Also wenn es dann so auf den Geburtstag zugeht, dann vergesse ich das. Echt? Ja. Am 6.12. übrigens. Ist eigentlich auch ein ganz einfacher Tag. Nikolaus. Aber ich vergesse ihn manchmal wirklich. Ich werde dich daran erinnern. Und sagen, Ben, hast du bald Geburtstag. Wenn wir uns bis dahin überhaupt noch kennen. Natürlich. Glaubst du? Na klar. Geh mal weg. Du stehst da. Ach, du brauchst ja Treppen das aber nie. Du meinst, du bist dann so abgehoben, dass du dich von mir entfernst, oder was? Ja, ich habe jetzt 84 Abonnenten. Jetzt gehst du ab hier. Was muss gefeiert werden? Oh, hier müssen auch Treppen. So viele habe ich gar nicht. Wenn ich jetzt wüsste... Scheiße. Das reicht schon. Ach, Mist. Wie gesagt, das könnte man mit diesen Statistiken herausfinden. Ich traue mich jetzt aber nicht hier alles durchzudrücken. Ach cool, hier kann man schon mal alles ausblenden. Das ist auch interessant. So, wir gehen jetzt nochmal in die Treppen. F2. Oh, Screenshot gemacht. Das brauchen wir hier. F3. F3. Ja, da ist es. Sehr schön. Kannst du mal bitte... Nein. Okay. Ja, bitte Schatz. Dann gehe ich. Stell du dich mal bitte hier an die unterste Ecke, wo wir gegraben haben. Ja. Wenn ich umfasse... Ach du, du bist oben. Du bist oben, ja? Ja. Dann geh bitte ins Wasser. Welches Wasser? Mein Tümpelchen, oder? In den See an den Grund einfach. Aber es ist dunkel. So, ich stehe jetzt hier am See. Nee. Auch im Wasser, ja? Nee. Am Wasser kann man nicht stehen. Schwimm mal bis runter. Und drück mal F3. Ja. So. Jetzt muss ich mal gucken, was hier die Tiefe ist. Ich muss aber wieder hoch. Und zwar hast du da... Und zwar hast du da die Y-Koordinate, ne? Links. Ja. Y... Und bei mir ist Y 53. 56. Ja. Bei mir ist 56. 56. Das bedeutet, wir sind schon unter dem Grund. Das ist sehr gut. Danke. Das war's schon. Au. Nein. Nein, 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 nein. Zombie, zombie, zombie. Geh weg, geh weg. Zombie. Zombie. Ich fand, ich hab's besser gesungen. Ach, Schnarte. Wollt jetzt nicht unhöflich sein, aber... Das Lied hat ja auch eine Frau gesungen, oder? Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub schon. Äh, ich brauch mal eine neue. Was, eine neue Frau? Ja, das auch. Aber nicht in diesem Let's Play. Das war ein Kompliment. Das war ein Kompliment. Das war ein Kompliment. Hä? Ach so. Ich brauch eine neue Frau, aber nicht in diesem Let's Play, ne? Awww, du bist so... Ups. Du bist so, ups, ein Fehler gewesen. Oder was? So, äh... So, äh... Ich hab's drei geschalten. Ein Feature. Ein Feature. Ein Feature. Kann man das auch wieder wegmachen? Aha. Ein Feature. Ein Feature. Ein Feature. Na, das gefällt mir auch nicht. Zacke, ja. Ich mach mal eine Spitzacke. Ich brauch erstmal ein bisschen Eisen. Das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Das bleibt alles, wie das ist. Mhhh. 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 Ich mach die Decke ein bisschen höher. Altbau und so, weißt du? Ja, ja. Tu dat. Oh Gott. Da muss man sich ja immer den Kopf einziehen hier. Oh. So. Das ist wieder Eisen. Guck mal, ich muss ja gar nicht so ein Penis-Tor machen, es ist schon einer da sogar. Mhhh. Da ist schon ein dicker Penis. Was? Wo? Zeig! Da geh mal her. Ich muss ihn da sehen. Ich muss ihn nehmen. Mhhh. Ein bisschen. Ähm. Niveau. Hallo. Was für ein Ding? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. So. Google. Nifo. Goggle mal. Hä? Wie hat das Goggle gesagt eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwer hat das mal gesagt. Ähm. Das war der, ähm, Paul Panzer. Ah ja, genau. Genau. Die muss ich auch mal wieder gucken. Schon ewig nicht mehr gesehen. Mhhh. Der Paule. Paule heißt er, ist Bademeister, im Schwimmbad an der Ecke. Ging. So. Ist das ein Gängelgaf? Äh. G-Fluss? G-Fluss? G-Fluss. G-Fluss. Nicht G-Fluss. Ne. Irgendwie hakt das hier. Ich glaube es hakt. Ist ein bisschen weit der Weg zum Lager dann. Egal. G-Fluss. Man darf dann halt bloß nichts vergessen. G-Fluss. Sonst muss man den Weg nochmal gehen. G-Fluss. G-Fluss. So. Ich weiß dann leider nicht, wo ich gerade bin. Schade. G-Fluss. G-Fluss. Oh, wieso ist das denn hier so dunkel bei dir? G-Fluss? Wo denn? G-Fluss. 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 Langsam da, oder nicht? Da, 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 da. Ist es noch dunkel draußen? Ja. Okay, schade. Sonst hätte ich die jetzt mal rausgeschickt. Ich hab Angst. Schick mich nicht raus. Das Gute ist, der See ist ja relativ groß. Das heißt, den zu verpassen wäre eine Kunst. Du weißt ja, ich bin Künstler. Oh, hier ist wieder Eisen, sehr gut. So, damit wir unsere Köppe nicht stoßen. Ich wollte ja heute ganz viel aufnehmen, ne? Hab ich nicht gemacht. Das ist super. Das ist so super. Ich hab noch Hitmen aufgenommen. Ich mein, ich hab jetzt bis Donnerstag Folgen, aber... Ich wollte dann auch noch aufnehmen, hab ich aber auch nicht gemacht. Man kann sich auf keinen Fall... Noch nicht. Nicht mal auf sich selber. Ja, das stimmt. Und zwar gibt es... Ich mach jetzt Werbung für mich. Achtung! Auf meinem Kanal... ...walt das neue Spiel... Gone Home. Gone Home. Lustigerweise hat GameTube auch damit gerade angefangen. Echt? Dachte ich gestern Abend so... Fangen wir jetzt auch damit an? Ist das jetzt gerade rausgekommen, ist oder was? Äh, das ist... ...bestimmt schon seit einer Woche oder so draußen. Achso. Wir haben es nur jetzt auch angefangen. Also das ist schon ein bisschen länger. Gestern kommt die erste Folge. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen länger seit... Ah! Boah! Was ist das denn? Was ist das? Was hat er so gemacht? Boah, das hat mich verjagt, das Vieh. Ich weiß nicht, hier ist ein kleines, ekliges... Was ist denn das? Eine Ratte. Das war keine Ratte. Das war eine mutierte Ratte, wenn... Aber... Das war ein ekliger Käfer. Boah. Der hat mich gerade voll verjagt, das ist... Und damit habe ich ja nicht gerechnet. Ach, du Süßer. Oh, hei, hei. Sag. Eins auf den Deckel. Erst mal trinken. Soll ich dich beschützen? Ja. Du musst dich sagen, hier kommt mir her, ist okay. Ich bin ganz in deiner Nähe, Liebelein. Kannst du dich mal hierher stellen? Zu mir? Entschuldigung, ich muss dich... Gerade weg, ey. Ich muss dich mal missbrauchen, tut mir leid. Oh, warte. Kies. Jetzt sag nicht, ist der auch wieder hier. Nee, der spielt nicht mit.